Wo kommt der denn her? Der ist einfach gespawnt. Alter. Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Need for Speed Unbound. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Hier übrigens mal unser neues Fahrzeug. Der Ford Mustang Fox Body 1990. Ein Stufe B Fahrzeug mit Heckantrieb. Ja, aber haben wir ja schon. Naja, egal. Ja, wie versprochen bin ich ja schon zum Event wieder vorgefahren. Hier haben wir noch zwei schicke Events. Ja, wenn wir das hier machen, sind wir auf Stufe 5. Und wenn wir das machen, sind wir auch auf Stufe 5. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, wir machen erstmal den B, damit wir mit dem A-Fahrzeug dann abhauen können. Ja, was ist das? Ein Takeover, ne? Na, dann nehmen wir wieder den Plymouth. Beste Wetter, do it. 103.000 Punkten müssen wir schaffen. Sollte machbar sein. Das war mal wieder ein bisschen zu schnell. Sollte machbar sein. Sollte machbar sein. Sollte machbar sein. Dann lassen wir unten lang. Boah, gar nichts mitgenommen gerade. Das war Mist. Sollte aber trotzdem easy machbar sein. Wenn ich jetzt schon mal so auf die Punkte gucke. Jetzt fahren wir unten lang. Nein. Nein. Das war schlecht. Sollte aber trotzdem noch alles drin sein. Da haben wir uns auch schon. Sollte wir diesmal hier nicht zu viel Gas geben. Mal mit oder das Tönching kriegen. Hier auch nicht zu viel Gas. Ne, das war die andere Sprungchanze. Wollen wir nicht so viel Gas geben dürfen. Ich glaube hier, ne? Mal kurz vorher bremsen. Und dann nehmen wir beide mit. Nice. Na, schaut mal die 200 noch. Na, die 200 wird wohl nichts mehr. Schade. Da fühlt sich geil, dass du gegen den Mauer hier fahren bist, wa? Ja, Mann. Hey, you driving like you stolen. I like your style. Yeah. Na ja, 5000 mitgenommen. So, und damit sind wir auf Verhandlungsstufe 5. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Sonst ist wieder alles weg. Und für den Arsch. Und für den Arsch. Da habe ich schon den Kopf da gerade gesehen. Ja, der fliegt aber an uns vorbei. Ja. Jetzt bloß keine Kopf aufmerksam machen. Wo kommt der denn her? Der ist einfach gespawnt. Alter. Das ist jetzt ein richtiger Mist. Sonderwagen, wir wollen jetzt die Zielmessung. Nagelwagen voraus. Bringen wir es zu Ende. Sonderwagen hier. Wir nehmen die Verfolgung auf. Wenn ich von den Wagen komme, muss man voll abbremsen. Nein, nein. Zielpersonen auf dem Interessante aufzuschalten. Nagelwagen voraus. Das sollte sie aufhalten. Könnt ihr jetzt mal bitte verschwinden? Gut mir leid, Leute. Ich würde jetzt mal raus. Okay, super. Und jetzt weg hier. Hier ist ein, findet sie. Das war gerade sehr viel Glück. Oh Mann. Interceptor ist jetzt hier, um auszuhelfen, Team. Zentrale, Verfolgung geht weiter. Oh Mann. Jetzt aber schnell da rein. Oh, das war Glück. Dass das geht. Nice. Okay. Gut. Na, dann können wir das Event ja doch noch machen. Letztes Rennen. An diesem Tag. An diesem Tag. Das ist ja auch schon klasse A-Port zurück. Okay. 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 na dann schauen wir mal das war nicht gut jetzt schon direkt weiter mit den kopf was ich einfach nach vorne muss alles cool damit kommst du mir nicht so leicht davon was 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 Gehen. Mann, sind die wieder schnell da vorne unterwegs. Ich muss zugeben, das war ziemlich cool. Du rückst das also. Wir sind vor Ort. Alter, die Flugzeiten gerade, ne? Was machen wir hier? Na ja, zweiter Platz nehme ich. Nehme ich jetzt einfach jetzt noch das Geld safen und dann geht hoffentlich alles gut. Ah ne, hier hätten wir erster werden müssen, ne? Uh. Sonst machen wir hier nämlich gar kein Plus. Wir müssen hier erster werden. Neuer Versuch, letzter Versuch. Gucken wir mal, dass wir es jetzt schaffen. Und los geht's. Ja, aggressiv, das geht gar nicht, Mann. Soll heißen, du gehst, sollst aus dem Weg gehen. Hey. Das ist doch fair, Play-O. Hey. Stopp, dass der Bug ist warm. Hey, Schwerdrecher, du wärst ärmer. Wir zauern uns um den Turm. Hey, Schwerdrecher, du wärst ärmer. Hey, Schwerdrecher. Ich dachte, wir sind Freunde. Der Interceptor ist da und bereit, die Sache zu beenden. Haha. Ich hole mir meinen Platz zurück. Lass dich bloß nicht unter Druck setzen. Niemals. Bischo. Ich hole einen T mucha maschine. Okay, του ist ja jetzt schon gut. Ich hoffe, der Schiff dr kommt. Wissen auch Schmerz. Aufpassen. Ich fahre hinterher. Pass auf, ich höre dich fast. Alter. das war schon wesentlich besser erster platz sehr nice und jetzt aber weg hier und der gut an macht doch was du willst shit nein 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 die weg da das war schon wieder eine knappe geschichte wegen dieser drecksmauer da dann diese eine kommt man bitte noch verschwinden nagelband voraus das sollte sie aufhalten das schwein ist außer kontrolle ich habe es aus dem hektischen fahrzeug abgesehen wir haben das ziel nicht erwischt zentrale an alle einheiten zielperson ist jetzt bei southland drive alter was spiel was machst du zielperson auf southland drive verloren wiederhole zielperson auf southland drive verloren ok jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie weg kommen wir durchsuchen die umgebung nach dem ziel nein du siehst mich nicht sehr gut ab zum versteck ja habt ihr nice damit haben wir 45.000 auf dem tacho nicer shit und den fox body bekommen das übliche nett okay sehr sehr schön damit äh bekommt er jetzt auf jeden fall noch sein äh body kit hier mit dem big block vorne drin ist auch schon geil also entweder das oder das aber ich glaube das gefällt mir besser das passen wir noch ein bisschen an und zwar haben wir vielleicht was für die motorhaube dass die motorhaube oder das ist eine Aber andere Felgen bekommt er noch. Und einen anderen Spoiler da hinten. Der Spoiler gefällt mir nicht. Ja, den nehmen wir. Eckleuchten. Können wir da vielleicht irgendwas machen? Nö. Diffusor hat er gar keinen. Packen wir ihm noch einen kleinen Diffusor ran. Joa, komm. Auspuff. Bisschen was geileres. Ja. Oder die hier. Sind auch nicht schlecht. Ich glaub wir nehmen die zwei dicken schwarzen. Ja, sieht gut aus. Okay. So mein Schild brauchen wir nicht. Woller auch nicht. Ähm. Einwerfer. Die Meerfarbe. Ähm. Äh. Änderungen gehen verloren. Ja. Denn. Wir packen noch eine andere Folie drauf. Ein knalliggrün, neongrün. Auch cool. Wenn man noch so schön ist. Ein bisschen durchgucken hier. Wir bleiben bei dem hier, glaub ich, oder? Ist geil. Und dann. Machen wir. Karosserie. Arbeiten. Dann gehen wir auf die Scheinwerfer. Und da machen wir dann in rot. Hier ändert sich gerade gar nichts. Warum nicht? Ja. Okay. In rot. Okay. So, finde ich, kann er erstmal bleiben. Wegleuchten vielleicht noch. Große Schritte bei X. Ach. Schön in schwarz. Nice. Da haben wir'n. Unsere Driftkarre. Ähm. In Klasse A. Finde ich gut. Nehmen wir so. Okay. Damit sind wir aber auch schon wieder am Ende eines Parts. Sieht schon böse aus. Damit sage ich wieder recht herzlichsten Dank für's Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Need for Speed Unbound oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Hau da rein. Mit demusaal abone? Ja, ich bin für's Zuschauen.